Musik Hi, und wenn du SeanDavidTV mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, kannst du dies nun auf patreon.com slash seandavidtv. Sicher dir nun Shoutouts, exklusive Folgen und mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV mit meiner Wenigkeit und natürlich wieder einem wunderschönen SeanDavidTV-Regular, regelmäßigen Gast, Thilo Goseon. Hi. Rambo vs. Regular. Richtig, genau. Ja, hallo Sean, freut mich natürlich wieder hier zu sein. Ja, es freut dich ja auch besonders, weil wir gefühlt seit einem halben Jahr versuchen, diese Folge hier explizit aufzunehmen und es immer wieder nicht geklappt hat. Aber heute machen wir es und dabei glaube ich, werden wir oder hoffe ich, dass wir heute sehr, sehr große Verfechter dafür sind, dass wir über einen unterschätzten Action-Klassiker der 80er Jahre sprechen. Für mich nicht unterschätzt, das sage ich schon mal vorweg. Okay, wir reden heute über Rambo 2. Aus dem Jahre 1985 mit natürlich, brauchen wir gar nicht groß drum rumlabern, Sylvester Stallone. Aber bevor wir über Sly reden, möchte ich über einen ganz, ganz interessanten, ja ich würde sagen Funfact reden. Und zwar, das Drehbuch wurde ja zu einer Seite von Sly finalisiert, aber wer hat denn damit angefangen? James Cameron hat das Skript geschrieben und beteuert bis heute, dass das patriotische Ende, ich meine da gab es ja auch vorher schon patriotische Elemente in dem Film, aber das Ende wäre garantiert nicht von ihm gewesen. So, wenn man jetzt natürlich die Filmografie von Stallone sich anschaut und gerade so enden wie bei Rocky IV und so weiter, weiß, dass das so zu seinem Filmkatalog gehört und dass er das auch geschrieben hat, dann kann ich Cameron schon glauben, dass dieses patriotische Ende nicht von ihm war. Wobei ich ein großer Fan davon bin, aber gut, kommen wir wahrscheinlich gleich noch hinzu. Ja, wenn wir dann natürlich über Cameron gesprochen haben und Sly jetzt auch schon erwähnt haben, er geht ja wieder in die Rolle von John Rambo, wobei man dazu sagen muss, dass er nicht eins zu eins dieselbe Person spielt, insofern, dass man schon andere Charaktereigenschaften in Rambo 2 sieht, die vielleicht in Teil 1 noch nicht so ausgeprägt waren, beziehungsweise die noch nicht so im Fokus gestanden haben, sprich, dass Rambo wirklich, ja, dieses muskelbepackte Actionvieh einfach ist. Ja, es ist, man könnte es auch, sagen wir mal so, über einen Kamm brechen, im ersten Teil hört er mit dem Krieg auf, im zweiten fängt er wieder an und das auch mit Überzeugung, wo man sagen könnte, im ersten hat er eigentlich kapiert, dass Krieg eine schlechte Sache ist, im zweiten resigniert er vielleicht aber auch und sagt, jeder tut das, was er tun muss. Na, sagen wir mal so, ihr Schuster bleibt bei deinen Leisten und bei Rambo ist das halt der Kampf. Richtig, genau. Und ich muss aber ehrlich sagen, und vielleicht nehme ich dieses Thema schon ein bisschen vorweg, aber mir fällt es halt gerade einfach leicht, das nochmal rauszuhauen, es beschweren sich ja immer wieder, und da sieht man auch, dass man es den Leuten einfach nicht recht machen kann, man beschwert sich ja sehr, sehr oft, wenn eine Franchise kreiert wird, beziehungsweise ein Sequel gemacht wird, wird ja sehr, sehr oft gesagt von wegen, ja, ist ja genau das gleiche wie im ersten Teil. So, und ich finde, gerade wenn du dir Rambo 1 und 2 anguckst, siehst du, dass es zwei komplett unterschiedliche Filme sind, auch vom Genre her einfach und ich persönlich habe es immer gut empfunden, dass eben nicht genau das gleiche wiederholt wurde, ähnlich wie bei Terminator 1 und 2, sind ja auch komplett unterschiedliche Genre und wir sehen ja, wie viel Liebe Terminator 2 bekommt, weil es eben nochmal eine Weiterentwicklung oder nochmal eine leicht andere Richtung gibt und ich finde, dass bei Rambo 2 es schon der richtige Weg war, nicht genau das gleiche zu machen, sondern vielleicht nochmal, ja, eine Schippe draufzusetzen. Ja, der erste war ja auch im Prinzip ein Überraschungserfolg, da hatte man jetzt so nicht mit gerechnet, es gab die Romanvorlage, Sly hat gesagt, er möchte das pro Veteran auslegen am Ende, das heißt also, wenn der Veteran stirbt, dann ist ihm das zu negativ, der soll natürlich überleben, was ich verstehen kann, weil da gab es ja viele gescheiterte Existenzen, die zurückgekommen sind und drogensüchtig und Bein ab und was weiß ich was. Schreckliche Sache, sie wurden von der Gesellschaft nicht akzeptiert und klar, so sind die geendet und im zweiten Teil hat sich die Zeit so ein bisschen mehr noch gedreht. Und Patriotismus war eine große Sache, Reagan war völlig angekommen in seinem Präsidentenamt, das ging ja Anfang der 80er noch langsam los und 85, ich habe es ja zeitgenössisch alles mitgekriegt, war dieser Patriotismus einfach der heiße Scheiß in Amerika. Die Leute sind durchgedreht und haben sich Rambo-Fahnenposter am Messer, nicht nur wegen Rambo, das war der Zeitgeist, war Amerika ist wieder da, diese Schmach gegen Nordvietnam im Endeffekt verloren zu haben, dann hat Vietnam sich ja wieder vereinigt und ist ein gemeinsames kommunistisches Land geworden, 76. Das alles hat den Amerikanern natürlich übel aufs Gemüt geschlagen und... Willst du damit sagen, Rambo 2 verarbeitet das ein bisschen? Ja, Rambo 2 verarbeitet das tatsächlich, ja ja klar, weil natürlich die Amerikaner gerne dann, sagen wir mal, die Rocky-Methodik lieben, sodass der Underdog dann wieder zum Gewinner wird und der Underdog ist Amerika jetzt vielleicht nicht, aber natürlich war das mit im Subtext ein Grund, warum Rambo 2 so ein Erfolg wurde. Nicht nur, meiner Meinung nach, und meiner Meinung nach sogar unter ferner liefen, weil ich glaube, der Film hat ganz viele andere Gründe, warum er so ein Hit war, aber das war natürlich das, was ihn mit zu einem der erfolgreichsten Actionfilme aller Zeiten gemacht hat. Man vergisst das ja, der hat 150 Millionen in den USA eingespielt, aber er hat exorbitant viel auf der ganzen Welt eingespielt. Richtig, genau. Weil die Botschaft von Rambo, lass dich nicht unterkriegen, jeder hat beschissene Chefs, jeder hat ein Arschloch, was über einen steht, die versteht man auf der ganzen Welt. Richtig, genau. Ja, wenn er diesen Murdoch da sozusagen, er bedroht ihn ja nur, er killt ihn ja nicht, aber nochmal in die Schranken weist, das verstehst du auch im hintersten Russland und deswegen ist er über, genau wie Rocky IV, Raubkassette VHS in der ganzen Welt natürlich rumgegangen. Egal ob im Kommunismus oder, also im Ostblock oder bei uns. Willst du mal für die Leute, die Rambo 2 nie gesehen haben, kurz und knackig, ohne das komplette Ende zu verraten, sagen, worüber der Film handelt? Kriegst du das noch zusammen? Ja, die Story ist schon ziemlich politisch, also Rambo sitzt im Knast, weil er so rumgefütet hat im ersten Teil und wird von Colonel Troutman rausgeholt für eine Mission. Und da gibt es halt den Murdoch, diesen Regierungsbeamten aus Washington, der natürlich hier Murdoch, also Charles Napier, hat einfach diese schiefe Fresse und ich liebe ihn noch als Harry Sledge von Russ Meyer. Wie ist der Film? Megawixens, ein unglaublich fieser Sheriff war er da, synchronisiert von Harald Junke. Hier wird er von der Charles-Bronzen-Stimme gesprochen, wie heißt er nochmal? Oh, ich weiß es nicht, aber klar, jeder kennt die Stimme. Chevalier spricht ihn hier. Egal, super besetzt, einer meiner liebsten, so sagen wir mal, Bösewichtsnebendersteller, Charles Napier. Der spielt den Beamten und der möchte, dass Rambo reingeht, denn damals gab es immer dieses Gerücht, da könnten noch in Vietnam Kriegsgefangene aus dem Vietnamkrieg und so. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist Schwurbelei, weil das hat sich auch nie bestätigt. Egal, das war die Story damals. Und er soll nur Fotos machen. Fotos machen, ob es da noch Kriegsgefangene gibt. Die soll er dann schön abgeben, bei Charles Napier. Und dann will der die Delta Force reinschicken. Also Lee Marvin und Chuck Norris sollen dann den Job machen. Und wie wir alle wissen, Chuck Norris ist im Vergleich zu Sly eher die B-Besetzung. Aber der spielt hier auch gar nicht mit. Richtig. Und man muss dazu sagen, Rambo geht es natürlich komplett gegen den Strich, weil er ist davon ausgegangen, von wegen, okay, wenn ich jetzt da hingeschickt werde, ich soll unsere Jungs zurückholen. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt im Film. Es geht immer aus Rambo und den normalen Soldaten, immer aus der Sicht von wegen, wir müssen unsere Jungs, unsere Team, unsere Landsmänner befreien. Und Rambo kann nicht glauben von wegen, ey, ihr schickt mich dahin, dass ich nur Fotos machen soll. Und dann stellt sich irgendwann im Laufe heraus von wegen, hey, eigentlich wurde ich hier vollkommen umsonst hingeschickt. Der Plan von ganz oben ist gar nicht, dass wir wirklich die Leute befreien sollen, sondern es ist die Hoffnung, ja, dass eben keiner zu finden ist. Und das ist so ein bisschen jetzt hier zusammengepuzzelt, die Story, ohne dass wir euch jetzt das Ende verrate. Du hast jetzt gerade schon Richard, nee, Quatsch, du hast jetzt gerade Charles Napier angesprochen, der Murdoch spielt, der für mich einer der größten, und ich möchte ja hier keine großen Schimpfwörter benutzen, aber er ist für mich einer der meistgehassten Bösewichte, in Anführungszeichen, des 80er-Jahre-Action-Kinos bei mir. Dabei ist er gar nicht so dieser Klischee, Bösewicht von wegen, oh, ich will die Welt regieren oder so, wie man ihn aus den meisten Filmen einfach kennt, sondern die Art und Weise, wie er, dass das, ja, dass das die Regierung oder wie auch immer man das nennen will, vertritt, von wegen dieses, ja, wir scheißen auf die Leute, die für uns in den Krieg gegangen sind. So die Art und Weise, wie er das widerspiegelt. Man kriegt einfach so einen Hass auf diesen Menschen. Und ich habe in einem Interview gesehen, dass er bis zu seinem Tod noch am meisten darauf angesprochen wurde, von wegen seiner ganzen Filmografie, von wegen, ey, ich kenne dich aus Rambo 2 und ich hasse dich bis heute deswegen. Ach, der Arme. Das hat er davon, dass er das so überzeugend spielt. Ja, ja. Ja. Ich kann ja sowas abstrahieren, aber ich finde das, ich konnte das schon als Kind abstrahieren. Ich war einmal bei den Karl-Mai-Festspielen. Ich habe Pierre Bries noch live gesehen. Oh, okay. Das war der Schatz im Silbersee. Oh, nice. Und am Ende reiten dann alle daher, die Schauspieler, Schauspielerinnen und werden beklatscht von diesem riesen Publikum. Und bei den Bösewichtern haben immer alle geboot. Und ich als Kind im Publikum fand es wahnsinnig unangenehm. Weil mir ja klar war, das sind ja Schauspieler. Ja, ja, ja. Warum werden die Leute denn jetzt ausgebucht? Dann wurde mir aber gesagt, das wäre der Kult. Die Bösewichter werden bei Karl-Mai-Festpielen. Okay. Und ich mochte die Bösewichter deswegen bis heute. Und ich liebe sie dafür, dass ich sie so hassen kann. Ja, aber das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Absolut. Wenn du als Bösewicht gefeiert wirst von wegen, ja, hast du super gemacht, kann natürlich auch eine Liebesbotschaft sein. Aber wenn du komplett gehasst wirst, dann hast du es genau richtig gemacht. Weil das heißt dann, dass du so schlimm warst, dass ein intelligenter Mensch unterbewusst vergisst, dass du eigentlich ein Schauspieler bist. Absolut. Dann hast du es richtig gemacht. Und wir sehen ja hier die Bösewichter auf beiden Seiten wieder. Der Vietnamkrieg war ja eine Art Stellvertreterkrieg von Ost und West. Und du hast auf der westlichen Seite Charles Napier, den Bürokraten, wo natürlich auch mitschwingt, Bürokraten haben unsere Jungs nicht richtig kämpfen lassen und dieser ganze Quatsch und so. Also ich bin kein Kriegsveteran, ich war noch nicht mal beim Bund. Für mich ist Krieg ausschließlich interessant im Kino, ansonsten bin ich da nicht so. Bin kein Militarist und kein Prepper und nichts, das nur mal vorweg. Aber im Kino sehe ich es anders. Ich finde, Kino ist dafür da, ich habe es dir schon öfters gesagt, finstere Fantasien oder einfach Sachen auszuleben, die wir im realen Leben nicht ausleben können. Oder wollen. Ja und da verstehe ich auch ehrlich gesagt die Amis, dieses Schmach über dieses ja sehr traurige Desaster, was sich Vietnamkrieg nennt, im Kino dann nochmal einmal auszubügeln für zwei Stunden. Ich kann das Bedürfnis auch irgendwie verstehen. Und wir haben ja auf der einen Seite Charles Napier und auf der Seite der, sagen wir mal Kommunisten, Stephen Burkhoff, auch ein Veteran, der, das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, dass er von Bond gekillt wurde, von Rambo gekillt wurde und von Eddie Murphy gekillt wurde. Ja, richtig. Also in Beverly Hills Cop. Richtig geilen Filmen mitgespielt. Ja, und Octopussy, Beverly Hills Cop und Rambo 2, das waren schon drei große Nummern Mitte der 80er Jahre und in allen dreien jetzt Stephen Burkhoff, sagen wir mal, zur Rechenschaft gezogen. Richtig und auch er, finde ich, und das ist ja auch nochmal so interessant, du hast eigentlich normalerweise in den meisten Filmen hast du einen klaren Bösewicht. So, in diesem Film hast du aber gefühlt mehrere, also nicht nur aus der Sowjetunion in Anführungszeichen, nicht nur aus Amerika, sondern auch die Vietnamesen haben auch immer gefühlt, dass zumindest eine Person, die du halt öfter siehst, der wohl der Chef von denen ist in Anführungszeichen. Also du hast halt mehrere Leute, auf die du deinen Hass verteilen kannst, aber das wollte ich halt gerade sagen, auch wenn er bei Beverly Hills Cop einen geilen Bösewicht spielt, bei James Bond einen geilen Bösewicht spielt, ich mag ihn am liebsten bei Rambo 2, weil er Sachen sagt, die mich, und ich hab den Film gestern nochmal geguckt, die mich gestern so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Es gibt ja diese eine Szene, wo er Rambo vorliest von wegen, ähm, guck mal, wir haben hier was abgefangen und er liest ja Rambo vor von wegen, äh, hier einsamer Wolf, äh, Mission abbrechen, weil sie Rambo im Stich lassen. Und er sagt dann zu Rambo, und diese Leute verteidigst du noch. Und ich musste halt wirklich dann nachdenken, in dem Moment, ey, er ist der Böse, in Anführungszeichen, aber er hat Recht. So, und, und, also diese ganze, er macht, er ist zwar böse, aber er ist smartböse. Ja, 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 natürlich. Das ist, äh, ich hab's nochmal gelesen, dass er ein englischer Theaterschauspieler ist und du merkst es einfach immer, wenn du gute Schauspieler, die viele Facetten haben und viel gemacht haben und nicht nur aus Körper bestehen. Gut, wir haben Arnold und Sly und Jean-Claude und wir lieben die Typen auch, aber natürlich sind das primär so Physical Actors. Und wenn die als Gegenpart einen haben, der es wirklich kann. Aber das wirklich diabolisch raushaut, weil auch mit Stephen Burkhoff in dem Film möchte ich mich nicht anlegen. Richtig. Der steigt aus dem Hubschrauber und, äh, Schwarzen, äh, Alter, und, ähm, Sly hängt da in der, in der Scheißegrube, äh, dann, weißt du schon so, mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Richtig, richtig. Alles sehr gut besetzt in diesem Film, finde ich. Also, es ist ein 90-minütiges, kompaktes Werk, ähm, was in Dynamik, Action und Dramaturgie im Action-Kino nicht seinesgleichen sucht, aber im obersten Level. Okay. Es ist ein Klassiker, äh, der, ähm, unterschätzt ist, weil er immer verlacht wird aufgrund dieser patriotischen Elemente, die ja drin sind. Äh, das kann man ja nicht, das kann man ja nicht verneinen. Ja, pass auf, bevor wir, also, ich gebe dir zu 100% recht, ja, aber bevor wir da noch reingehen in unsere Analyse, wie wir den Film finden, würde ich gerne noch auf zwei Schauspieler, äh, Schauspielerinnen eingehen, die für mich sehr, sehr wichtig sind und wo ich eine ganz, ganz klare Meinung zu habe. Wie gesagt, ich habe den Film gestern nochmal gesehen, zum ersten Mal seit bestimmt sieben, acht Jahren. Das ist mir nicht passiert. Ich gucke den regelmäßig und es ist auch so, dass ich, wenn ich total besoffen bin einen Abend, kann ich eigentlich nur Rambo 2 gucken. Das ist für mich, das sind für mich Musik, Bilder, äh, Eindrücke, Emotionen, Jerry Goldsmith, das läuft so durch und es gibt gar nicht viele, ich gucke Filme betrunken nicht, aber den gucke ich gerne und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, das rauscht auf mich ein. Ich habe es letztens mal mit einer Alternative versucht, ähm, für eine Handvoll Dollar mehr. Ja, ja. Funktioniert auch. Du hast Morricone, Eastwood, Levencleave, Bilder, coole Einstellungen und Morricone, ich habe das wahnsinnig laut gemacht und habe es so total besoffen für eine Handvoll Dollar mehr geguckt. Ist auch ein guter Film. Ihr müsst wissen, es war 15 Uhr am Mittwoch. Montagmorgen war das um acht, aber wenn du es besser weißt. Richard Krenner. Das wird noch eine gute Folge, haben wir uns schon vorgenommen. Filme, die unter Alkohol genauso gut sind. Oh, ja. Oh, ja. Oder besser. Oder noch besser. Ja, da gibt es einige. Oder nichts verlieren. Ja, da gibt es einige. Ja, das könnte eine lustige Folge sein. Sollten wir vielleicht auch was dabei trinken und das dann besprechen. Sehr gute Idee. Richard Krenner, der Troutman spielt, ist mir gestern nochmal bewusst geworden, wie toll ich seine Präsenz in dieser Rolle finde. Ich glaube, dadurch, dass er halt, ich glaube, er ist so mit mein Lieblingskernel in der Filmhistorie. Weil ich finde, er hat nicht so ultra viel Screentime. Also er ist ja nicht jetzt gefühlt 50 Minuten zu sehen, sondern hat dann immer so seine 15 Minuten maximal. Aber immer, wenn er da ist, habe ich das Gefühl, das ist wirklich Rambos Ziehvater. Und immer, wenn die beiden miteinander Dialog haben, fühle ich, dass da eine Beziehung ist. Zum Beispiel, es gab dieses Zitat, und ich hoffe, ich quote das richtig, am Anfang, wo Rambo in den Helikopter steigt und sich nochmal zu Troutman umdreht und sagt von wegen, weißt du noch, als Murdoch das und das erzählt hat, ja, das und das und das ist eigentlich die Wahrheit. So von wegen, er hat gelogen. Aber Troutman, ich vertraue nur dir. Und deswegen steige ich jetzt für dich in dieses Flugzeug. Und dann siehst du diesen Blick von Troutman. Weil Murdoch da scheiße gelesen hat. Ja, genau, weil er schon gelogen hat. Ich vertraue nur ihm. Richtig. Und du siehst in Troutmans Augen von wegen so, hey, wir beide haben eine Beziehung, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und deswegen finde ich ihn so ideal besetzt in dieser Rolle. Also ich liebe Troutman in der Rambo-Franchise einfach. Und das ist auch der Moment, dann am Ende, nicht immer am Ende, das ist der Moment, wo Troutman das auch begreift, dass er möglicherweise hintergangen wird. Richtig, genau. Er hat vorher das ganze Ding noch gekauft und hat gedacht, er macht was Vernünftiges. Richtig. Komm, mach die Fotos und gut ist. In dem Moment kippt es, da weiß er, oh, ich muss aufpassen. Richtig, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Und du hast gerade das ja schon gesagt und das ist auch für mich, deswegen habe ich auch gesagt, von wegen unterschätzter Film. Ich finde, der Film hat ein hervorragendes Cast. Also wirklich, kommen wir zu der letzten Person hier mit Julia Nixon. Das ist die asiatische Dame, die, und jetzt, ich weiß, einige von euch lieben es ja, mich zu korrigieren, könnt ihr auch gerne hier ihren Namen. Wir haben es eben noch geguckt, weil wir sind nicht drauf gekommen. Richtig, also da wird sie mit Leuterme angesprochen, dann aber auf Englisch wird sie Show genannt. Keine Ahnung, wie es ist, aber wir wissen, es ist auf jeden Fall seine Ansprechpartnerin, beziehungsweise seine, du hast da vorhin nochmal einen guten Namen für gehabt, wie ist ihre Position, ihr, ihr... Das ist sozusagen, ja, seine Verbindungsperson, da seine Kontaktperson, die Kontaktperson da vor Ort, sie sagt, ihr Vater wäre Agent gewesen, wir können nur mutmaßen, er ist umgebracht worden, möglicherweise war eine Agent für Südvietnam, ja, also auf Seite der Amerikaner und ist von den Nordvietnamesen umgebracht worden oder von den Kommunisten, von den Russen. Wir wissen es nicht, aber das schwingt dann natürlich auch so mit, dass sie möglicherweise noch eine Rechnung offen hat. Richtig. Und deswegen natürlich John Rambo hilft. Richtig, und was ich halt so heftig finde, also eine Sache kurz als Fanboy, ich habe es gestern nochmal gesehen, ich finde die wunderschön, ich finde die so toll. Also wirklich für mich eine 1A wunderschöne Frau und ich hatte schon öfters hier in der Sendung dieses Thema von wegen Actionfrauen, wie die in den 80er Jahren porträtiert wurden und wie es halt heute so krampfhaft immer gemacht wird. Die zum Beispiel, finde ich, ist eine richtige Actionfrau, sie hat halt nur eine relativ, ist jetzt keine Haupthauptrolle, ist eine Mittelrolle, so, aber die packt an, die befreit Rambo, ja, die riskiert ihr eigenes Leben, um Rambo zu retten und ballert Leute um und so weiter, eiskalt, verkleidet sich als Nutte, um generell in dieses Lager reinzukommen und so weiter. Und hat aber trotzdem, ist trotzdem weiblich und trotzdem sexy auf ihre Art und Weise und ich finde, das ist, also ihre Rolle finde ich mega, mega nice, wie sie sie auch spielt, weiblich, aber trotzdem tough und kompetent. Und das fand ich so humorlos an diesen goldenen Himbeeren, dass die alle dann mit der Film übersät wurde damit, meiner Meinung nach ist dieses Patriotismus-Elemente daran schuld, weil das haben natürlich viele gehatet, normal irgendwie auch, okay, und ich glaube, dafür hat der Film die goldenen Himbeeren gekriegt, weil der Film selber hat es nicht verdient. Richtig, er hat fünf, er hat fünf goldene Himbeeren, Razzies bekommen und Julia Nixon unter anderem war auch für eine goldene Himbeere nominiert als, nicht gekriegt, als schlechteste neue Darstellerin, weil es war ihre erste Rolle und ich weiß nicht, ob du den, das ist jetzt die Frage, sie hat ja auf Deutsch eine französische Synchronstimme, ne, so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Englischen anders ist, aber diese französische, dieser französische Akzent, den sie in der deutschen Synchro hat, macht sie nochmal ansprechender. Ich meine, das schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst, tatsächlich, ich glaube, sie hat es im Englischen nicht, diesen französischen Akzent. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, es macht auch eigentlich keinen Sinn, aber es ist... Sie fragt, nimmst du mich mit nach Amerika, das fand mir früher immer peinlich, ich fand die Szene so, hey, wieso schmalzen die jetzt so rum? Jetzt verstehe ich es viel besser, es ist natürlich nicht nur ihre Hoffnung, es ist auch seine Hoffnung, dass er aus dieser Scheiße rauskommt und dann wird er durch die Kriegswirren wieder zurückgezogen und ab da ist der letzte Punkt verpasst, dass Rambo in die Normalität zurückkehren kann für alle Teile danach. Richtig, und okay, lass uns das mal ein bisschen analysieren. Ich sehe, also mal abgesehen davon, dass ich die Szene auch nicht schnulzig finde, sondern das genauso wie du... Ja, ich sehe, also ich habe genau den gleichen Gedanken gestern nochmal gehabt, dass diese Szene auch wichtig ist, weil sie nochmal zeigt von wegen, hey, eigentlich diese Kampffigur Rambo, der hat ein normales Herz und normale Bedürfnisse nach Liebe und so weiter. Es fehlt halt nur diese Person, die das in ihm öffnen kann und sie hat es geschafft dadurch, dass sie A, ihm das Leben gerettet hat und gezeigt hat, hey, du bist mir das wert, dass ich mein eigenes Leben für dich rette. Plus, dass er von Anfang an sieht von wegen, hey, die Frau hat es halt echt drauf und sie macht was mit ihm und du siehst, dass nachdem sie stirbt, dass der Schalter komplett auf, ich zerstöre euch jetzt alle. Also, das ist glaube ich das erste Mal, wo ich sehe, dass Rambo von Teil 1, wo er dieser widerwillige, ich nenne es jetzt mal Mörder ist, wo er quasi da anfängt, die Leute auseinanderzunehmen, dann bei Anfang Teil 2, wo er es macht, wo es halt sein Job ist und deswegen die Leute beseitigt, ab dem Moment, wo die Frau getötet wird, ist es eine Vendetta und er will alles zerstören. Genau, und das tut er im Endeffekt auch, der Haas bricht komplett raus und er macht wirklich alle weg und auch nicht nur in Notwehr, sondern es ist ein totaler Vernichtungsfeldzug und das ist das, wo die Figur Rambo auch ihren Ruf her hat. Ja, was ja dann in den normalen Sprachgebrauch überging, du bist ja ein Rambo, guck mal hier, Rambo-mäßiges Verhalten, das kommt eigentlich, eigentlich ist das, der Ursprung liegt in ihrem Tod begründet. Richtig, genau, da beginnt ein neues Kapitel, da kommt halt wirklich dieser, ja, dieser... Bis dahin ist es Selbstverteidigung. Richtig, 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 richtig. Und bevor wir jetzt noch zu den Fun Facts kommen, die noch um den Dreh passiert sind, da sind eben echt noch einige. Du hast jetzt gerade vorhin schon gesagt oder auch drüber gesprochen von wegen, weswegen du den Film auch so schätzt und von wegen, dass die Musik mit Jerry Goldsmith zum Beispiel so gut ist. Ich hab gestern, für mich war das ein Ohrenorgasmus, diese Musik von Jerry Goldsmith genießen zu können. Mal abgesehen davon, dass wir als Filmfans eh schon wussten, dass dieser Mann ein Genie ist, da, in diesem Film, die Musik begleitet den Film so gut. Der Film ist spannend durch die, also nochmal ein anderes Level an Spannung. Du bist die ganze Zeit auf deinem, auf englischemann on your toes, du bist die ganze Zeit unter Spannung so durch die Musik. Und alleine dieses Rambo-Theme, was wir ja so lieben, ja, wie gut das integriert wurde. Also das allein, die Musik ist für mich schon aller, allererste Sahne. Dann, und da sind wir große Fans von, dass wirklich an Live-Locations gedreht wurde. Nicht diese CGI-Kacke von wegen im Greenscreen-Studio, sondern nach Thailand, nach Mexiko. Und deswegen für alle, die den Film lange nicht mehr gesehen haben und die jetzt in den letzten Jahren nochmal eine andere Wertschätzung für alte Filme haben. Ich finde, der Film ist von der Optik her 1A. Ja, ich finde den wunderschön anzuschauen, diese ganzen Dschungelszenen, Anführungszeichen, mit diesen grünen Tönen. Dunkel gehalten, aber du siehst trotzdem, was passiert und so weiter. Für mich war der Film gestern eine Augenweide. Das hat einen Grund. Also erstmal, ich habe den Film schon mal auf 35 gesehen, nicht als er neu war. Ich durfte nicht rein. Er war ab 16. Es war ein Riesenthema. Ich war 14. Meine Mutter sagte, gibt es nicht. Der Film ist fotografiert worden von einem der berühmtesten Kameramänner der Filmgeschichte, Jack Cardiff. Der war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schon über 70. Und das ist ein englischer Kameramann, der in den 30er Jahren schon angefangen hat und African Queen gedreht hat. Und Prince and the Showgirl mit Marilyn Monroe. Also ein ganz alter Recke. Und deswegen atmet die Optik von diesem Film das klassische Abenteuerkino der 40er, 50er Jahre. Und auch die Farben. Man muss dazu sagen, die Blu-ray ist leicht entsättigt, die ich gestern gesehen habe. Ich habe den Film mal auf 35 gesehen. Bei einer Retro-Sneak, wo der Film nochmal lief. Ich war nicht 85 im Kino. Und der sieht unfassbar aus im Kino. Der ist nochmal viel bunter, viel knalliger. Aber diese Farben, also wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt ein Action-Festival in Nürnberg manchmal. Die haben den auch schon mal gezeigt. Wenn man die Möglichkeit hat, den nochmal auf 35mm zu gucken. Die deutsche Kinofassung ist leicht gekürzt. Aber das ist wirklich nur wenig, wenn er da gefoltert wird. Und das kann man von der Länge her absolut gucken. Das Wesentliche ist alles drin. Es lohnt sich wirklich, den nochmal auf Filmmaterial zu glotzen im Kino. Es ist unglaublich. Und es fehlt am Anfang, das finde ich auch so geil, dieses Tri-Star-Pferd und so. Das ist bei der Kinofassung irgendwie nicht drin. Das fängt direkt an. Schwarz, du siehst. Ach krass, okay. Dann denkst du so, dieses Cinemascope-Bild auf der riesen Leinwand. Also spätestens seit dieser Wiederaufführung bin ich ganz Hardcore-Fan geworden von dem Film. Weil das ist ikonografisch fotografiert und hat ja auch das Bild von Rambo geprägt. Wir denken bei Rambo ja nicht an Teil 1, was die Optik betrifft. Wir denken ja an den Mann, den Eingeölten mit dem Stirnband und dem Maschinengewehr im Dschungel. Richtig. Und das und das, genau, das ist dann Teil 2 zu verdanken. Und das ist das, was Jack Cardiff geschaffen hat. Diese Bilder. Du guckst den Film an. Jede Einstellung sitzt. Diese Dynamik, wenn du am Ende dieses Dorf zerfetzt mit dem Hubschrauber. Unfassbar, unfassbar. Das hat eine Wucht. Das ist unglaublich. Und da kommt nichts irgendwie aus dem Computer wie bei Expendables 4. Das ist halt auch wieder das Ding, wo wir wieder bei handgemachter Action sind. Also allein diese ganzen Explosionen und die Stunts und so weiter. So, das ist echt nochmal ein Qualitätsmerkmal, was dieser Film halt damals mitgebracht hat. Und du siehst halt Stallone halt gefühlt so gut wie in allen Action-Szenen. Also deswegen sage ich auch, wenn wir nachher zur Bewertung kommen, dieser Film, die öffentliche Bewertung und mein persönliches Empfinden sind sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ich würde sehr, sehr gerne noch ein paar interessante Punkte raushauen. Jetzt hast du ja gerade schon über den eingeölten Stallone gesprochen. Stallone hat ja gerade so bei dem ersten Rocky-Film nochmal einen komplett anderen Körper, als was wir dann bei Rambo 2 sehen. Und er hat sich für die Rolle von Rambo 2 acht Monate lang wirklich im Fitnessstudio eingeschlossen, in Anführungszeichen, und vier Stunden jeden Tag trainiert. Und ich finde, das siehst du auch. Also mal abgesehen davon, klar, dass er eingeölt ist und braungebrannt, aber der Körper ist wirklich unfassbar da. Und das macht, glaube ich, auch nochmal diese Kunstfigur Rambo so geil, weil du halt gefühlt wirklich da eine Maschine siehst und glaubst, ja, natürlich nimmt der alle auseinander. Das stellt man gar nicht in Frage. Nee, das ist eine glaubhafte Performance. Und er hat mit diesem Körper ja auch sozusagen die Optik der Videothekenregale der nächsten zehn Jahre bestimmt, wo sozusagen Rambo sich ja zwischen den Zeilen auf jeder zweiten Zeichnung durchgeschimmert hat. Cobra Force hat fast den ganzen Film geklaut. Also von Bruno Mattei Cobra Force, wer den noch nie gesehen hat, ganz große Empfehlung von mir, wenn man Rambo 2 vorher gesehen hat und dann mal Cobra Force guckt. Man entdeckt die ein oder andere Parallele, macht viel Spaß. Ja. Jetzt hatte ich gerade schon die Stunts angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist ja damals ein Stuntman bei einer Explosion ums Leben gekommen. Das wusste ich nicht. Ja, deswegen ist auch am Ende, zumindest in der englischen, amerikanischen Fassung, wird wahrscheinlich in der deutschen dann auch sein, aber steht dann dedicated to dieser Person. Ja. Das ist halt das Risiko, was dann halt leider mitkommt. Das darf eigentlich kein Menschenleben, also kein Film ist ein Menschenleben wert. Richtig. Das ist natürlich immer auch das Argument, dass man es aus dem Rechner kommen lässt. Heutzutage, ja, die Zeiten haben sich da geändert. Und das ist vielleicht auch gut so. Ich greife trotzdem lieber auf die alten Actionfilme zurück. Die zu, die zu. Mit dem, ich sag's immer, es ist das Zirkuselement. Ja, da werden Artisten durch die Gegend geschossen und fliegen große Runden. Aber dafür sieht's halt auch so. Und es ist natürlich risikoreich. Aber das ist es. Das Actionkino von damals ist das Äquivalent zur Zirkusattraktion. Ja, 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 ja. Wir wissen ja, dass Dolph Lundgren in Rocky IV Ivan Drago gespielt hat. So, und ursprünglich hätte oder war Dolph Lundgren auch in Rambo 2 gecastet. Wusstest du nicht, ne? Das wusste ich nicht. Sollte er den Russen im Hubschrauber spielen? Wie heißt der eigentlich? Der ist auch cool. Nee, nee, nee. Er sollte hier, ähm... Steven Berghoff? Ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine, ja. So, und der Grund, er wurde dann rausgekauft aus seinem Vertrag, weil Stallone gesagt hat, ey, wir können den noch nicht zweimal, ich kann noch nicht zweimal gehen in den selben Typen ankämpfen. So, und dann wurde Dolph Lundgren ausgezahlt für die Rolle und musste nichts machen und war dann halt in Rocky IV mit dabei. Aber interessant, oder? Und wie man Stallone immer so reden hört, interessiert Dolph Lundgren auch in erster Linie mal der Paycheck. Also war der bestens zufrieden. Ja, ja. Hundertprozentig. Wir haben ja schon über, ähm, über die fünf Rezzis gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass Rambo 2 für mich so mit auf der Suche nach dem goldenen Kind so die erste Product Placement, offensichtliche Product Placement-Geschichte war, die ich je gesehen hab. Der Protoporat. Nee, 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 nee. Ähm, die Cola. Ah. Weißt du, da sind die doch im Stützpunkt. Und dann sagt doch hier, ähm, dann sagt doch Charles Napier, Murdoch, vom Weg, gib mir mal was Kaltes. Und dann geht er zum Cola-Automaten. Und dann hast du die ganze Zeit die Cola da stehen. So, das hab ich vorher nicht gesehen. Bei, auf der Suche nach dem goldenen Kind, war es die Pepsi-Werbung. So, das war so die erste Product Placement-Geschichte, die ich gesehen hab. Das wurde ja noch viel, viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Mac and Me kennt mit McDonald's und so weiter. Gibt's einen kompletten McDonald's-Song in einem Film. Boah. So, aber ja, selbst damals gab es, ähm, Product Placement. Ich hab noch eine Szene über, ja, hau raus. Haben die da wirklich für bezahlt? Ja, natürlich. Dass so ein Typ wie Murdoch ne Cola will? Ja, natürlich. Der Bürokrat, der Beamte, der den Vietnamkrieg versemmelt hat und jetzt auch noch unsere Männer da verrecken lassen will. Der will ne Cola und dafür bezahlt. Ich glaub, ich glaub, dass Cola, äh, Coca-Cola einfach gesagt hat von wegen, okay, ähm, bringt einfach unser Produkt bei euch rein. Die haben gar nicht gefragt, welche Szene. Meine Lieblingsszene ist die Szene, wo Rambo die Hand um das, ähm, Mikrofon packt, wo er gefangen genommen wird und sagt, äh, Murdoch, ich mach sie kalt. Und du siehst, wie sein Bizeps und dann die ganzen Adern rauskommen und so weiter. Und dann noch so das Donner und so weiter. Also hat einen nicen Effekt. Ja. Und er sagt, einen Scheiß werd ich. Richtig. Ja, Dunneberg halt. Ja. Ich bin mit Dunneberg aufgewachsen. Bester Mann. Ich hab den Film am selben Tag gesehen wie Terminator, nämlich auf VHS. Ein Freund von mir hatte Raubkopien. Sowas gab's damals auch. Es war 85. Zwei, drei Monate nach Kinoeinsatz hatte der die Raubkopie zu Hause und meinte dann, der Film wird total schlecht gefilmt. Man würde immer nur Nasen im Bild sehen. Das war nämlich Panscan, wo aus dem Cinemascope-Format nur der mittlere Teil genommen war. Und ich war dann erleichtert, dass der Film doch ganz gut aussah. Und hab also Terminator und Rambo 2 am selben Tag zu Hause auf VHS. Ich bin wirklich, ich merkte, dass Terminator noch nichts für mich wirklich ist, weil ich war 14 und der Film war ab 18. Und da bin ich wirklich durch die Mangel gedreht nach Hause gefahren mit dem Fahrrad durch die Nacht und dachte, Gott, was war das nur? Epochal. Aber damals fand ich, man war ein bisschen arrogant, das ist ja Patriotismus. Rambo 2, ach, er war ganz okay, aber ich hab schon bessere Filme gesehen. Aber in Wahrheit war man total Fan, man wollte es nur nicht zugeben. Viele Leute wollen es nicht zugeben, denn bei IMDb hat er eine 6,5. Ich mach es kurz und knapp, bei mir ist es eine 7,5. Bei mir ist es eine persönliche, bei Letterboxd würde ich sagen 5 von 5. Okay, weiß. Weil es auch Hardboid gibt und in Sachen Action noch andere Sachen ist der für mich trotzdem. Der ist in meinen Top 20 tatsächlich, Rambo 2, aufgrund meiner Nostalgie. Ich liebe Rambo 2 und würde sagen, für mich ist der 8,5 von 10. 8,5 1985, Leute. Schön, schön. Leute, ihr seht, wir haben nach wie vor eine große Wertschätzung diesem Film gegenüber und ich fühle mich auch gerade schlecht, dass ich eine 7,5 gesagt habe. Weil finde ich auch schlecht. Ja, weil ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Nein, es ist nicht eine 7,5. Es ist bei mir auch eine 7,8, 7,9, weil er bei mir einfach das auslöst. Ich muss gerade nochmal nachdenken, ich korrigiere mich, ich weiß ja, wenn ich falsch liege. Also es ist bei mir eine 7,9. Postet ihr mal gerne in die Kommentare. Wie seht ihr Rambo 2 aus heutiger Sicht? Ist es einer eurer Lieblings-Action-Filme? Wie findet ihr im Vergleich Rambo 2 zu 1 oder 3? Lasst es uns gerne wissen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder auf SeanDavidTV. Mission erfolgreich beendet. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet oder sogar den Kanal abfeiert, dann lasst doch sehr gerne euer Like oder Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!